Als nächstes kommen dann die Siegüter vorbereitet, die des Kiel Beide Talheim gegen Tatjana Trittmoral aus Dessau. Die Siegüterinnen und Kiel Beide Talheim gegen Tatjana Trittmoral aus Dessau. Das war's. Was ist das? Was ist das? Auf Wiedersehen bitte, Christine Weidel, Anheim gegen Kassianer Hütterberg aus Dessau. Bitte zum Warte 3. Dessau, bitte zum Warte 3, Janine Kessler, Wackenburg.